Ja, also ich würde ja gern die beiden letzten Tarnungen haben halt, ne? Schon beim anderen COD, immer. Aber nee, ich bin einfach nicht bereit, diesen Grind da reinzulegen. Da spiele ich halt zu gerne zu viele andere Games, als mich da reinzusetzen. Also Chris macht das ja auch. Der hat eine richtige Excel-Tabelle und so, ne? Ich hab's zwei Tage gemacht. Wie gesagt, ich hab das von Samstag auf... Ich hab's von Samstag auf Sonntag über 24 Stunden gemacht am Stück. Nee, das ist ja... Ich glaub, 25 Stunden oder so. Ja, danach, aber ich bin ehrlich, ne? Mein Kopf war richtig matcher. Das macht das Spiel doch gar keinen Spaß mehr, oder? Nee. Also mir jedenfalls nicht. Es muss keinen Spaß machen, ich will nur den Erfolg sehen. Ich will nur die letzten beiden Tage mehr haben. Ja, und genau am nächsten Tag kommt dann das neue Game raus, bringt dir quasi gar nichts. Nein, deswegen mach ich's jetzt, man kann nicht in Rank damit flexen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ah, keine Ahnung. Also ich find die voll cool, ich hätt's gern. Bin ich ehrlich, aber lecker Lündli hab ich getötet. Geiler Name. Ähm, aber mir ist das... Der Grind halt nicht zu viel. Also Respekt an jeden, der das durchzieht, aber... Oh nee, Digga, muss das sein? Jetzt wird es ernst. Bereit, einen Einsatz im Schichtgebiet. Halbschicht. ich muss mal ganz kurz raus tappen und tschüss bot dankeschön so bin wir da vordere feuer mission an ziel markiert auf die füße soldat ich zieh mal durch hinter mir ist der nächste ich spüre jetzt also gestern auf jeden fall funktioniert ja ich hab dich nicht gesehen hat sich auch versteckt hast du gut gemacht bin jetzt da auch mal gebe doch mal eine waffe weiße kiste da ist einiges auf dem weg zu uns ja einer liegt noch einer links ich glaube ich noch mehr als einer dann haut sie einfach alle kaputt manchmal ist das mittel was wirklich keiner checkt noch wenn du nix kommt noch mehr glaube ich also ist noch kein team ausgelöscht also zwei liegen draußen dauern du hast hier drinnen wie viele keine ahnung irgendwann muss man ein team ausgelöscht noch zwei habe ich ja gesagt draußen liegen auch zwei hier ist noch eine goldene gasmaske über uns über uns über uns ist runter gejumped ja die haben sich so gezogen nicht raus gucken auch munition ganz dringend er hat er nicht irgendwann im uni box ja 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 sorry hier ich lege hier munition nach danke kommen wir versuchen richtung lowly zu kommen ja ich bin auf dem klo ich komme nicht mehr raus ich bin auf dem klo ich komme nicht mehr raus direkt hinter mir seiner fünf sekunden oder melodie gold ich komme ja sie genau vor mir bleibt mal beim lodi ich komme er sind auf jeden fall noch welche zwei mindestens einfach sehr stark in position gute arbeit immer weiter dann habe ich noch verstärkung ist jetzt unterwegs von dem bahn steht auch feuer alles klar werde hier beschossen genau dahinter wie sie das schon wieder abkennen da kommen sie aber auch alle hier sammelt an du hast dir gesagt ich denke mal ich werde es auch zocken zu beginnen auf jeden fall ist einfach wie don machen und einfach auf dieses haus ja ich würde ja gern was machen wenn ihr alles tot wird und vier mann unter mir werden übrigens nur noch drei gegnerische teams schönen dank auch ich habe noch nicht mal gesehen ja der prezi holt mich hier in der hütte 8 kommen das kannst du doch kein erzählen ja hier sind sie habe ich zwar noch nicht jetzt habe ich gesehen zielgebiet markiert ja katsu ich weiß ich würde es auch gern machen aber die zeit fehlt einfach ich weiß das ist das jetzt mal jedes mal wenn du es erwähnst das ist schwierig okay ich smoke dich ich komme zu dir und ich kann das lediglich das einzige was jetzt ich weiß es ist ja ja oh gott jetzt kommen sie aber hinterher du irgendwo hier war noch eine kiste hier soll ich hier warte mal ja lass uns vielleicht entweder vielleicht da hinten hingehen oder so dass wir den ausweichen so ein bisschen was wir jetzt mal wieder links rum rotieren doch mache ich katsu mache ich weiß ich zocken wollte ich weiß es war hier vielleicht etwas für ein lustig wenn es probieren da hinten war ja alles sieben leute sind am leben also mit uns noch vier ja das sind zwei zweier teams wenn wir jetzt munitionssparen spielen wir gehen jetzt fort zum shop und holen zur munitionskiste also wenn wir welche töten haben wir auch munitionskram ja aber ich würde wenigstens nur munition haben so und einer kann jetzt noch eine plattenkiste kaufen ich kaufe und diese gut so und einer mag sein du kaufst du bitte noch eine gasmaske ja kann ich mir nicht leisten kost 2000 schade aber ich habe ich habe ich habe ich habe ich bereit hat einer von euch die dings aufgehoben ne ich habe die ok ich stelle mir erst mal an den shop ran ja auf richtig asozial aber ist mir egal wir gucken jetzt mal wo die zone hingeht hier ist noch ein tragbares radar perfekt oh ok wir müssen langsam rüber jetzt noch ein kopfgeld annehmen das sind die letzten drei vielleicht gehen wir hier vorne rein da hinten sind sie komm lass uns vor pushen die werden schon angeschossen ja von uns wir pushen jetzt ins gebäude rein weil ansonsten haben die den ground wir gehen hier hoch oder ja die müssen wenn wir pech haben müssen die glück haben müssen die movem also ich würde nicht unbedingt ins gefecht gehen eben so sicher wie es geht ab ja dann müssen wir ins gebäude mit hinten runter ins gebäude rein oder ja du musstest es auch verwerbs gecold hier unten rein können wir rein perfekt ich habe noch ein pc aber guck mal dass wir nicht pushen jetzt ich habe eine ding singe gelegt ja ich kann nicht gucken wir sind einfach die türen ab oder so sind bei mir hier unten und konnte drohnen habe ich ja unter dir ist nix aber die flanke laufen wir sind schon irgendwo oben wir könnten mit der gasmaske ich weiß nicht schon mal rüber das ist probieren ja die ein und so ob die ein und so ob es auf macht ihr macht immer von oben bisschen deckung ja oder auch nicht einer schild break einer liegt einer liegt einer liegt zwei down ja haben wir nice 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 oh geil dann deine calls war uns danke sehr stark jetzt sagen wollen wir noch eine abschlussrunde machen ja dankeschön katsu jetzt gibt mir bitte meine pistole ich will einfach nur meine dolly pistole haben die rückkehr der siegreichen helden ihr habt uns alle stolz gemacht die liefers na easy wie immer klar oh mann war gar kein problem die runde ne klar verstehe ich nicht überlebensgedeck überlebensgedeck na guck mal überlebensgedeck der kiefer schon das ist noch nicht vorbei ja ob die kämpft seht was in der maus aber ansonsten alles gut ja wir haben mit acht kills gewonnen holy shit wir waren ja auch mehr am Boden als alles andere ja aber egal am ende zählt es halt ne jetzt haben wir den wind und jetzt wieder richtig schön jetzt haben wir richtig schön frontal mit anlauf durch die lobby geschossen junge vertippt dich nicht alles gut du hast ja kein ich kann doch kann doch die lobby irgendwie kurz pausieren du musst hier nicht um dein leben schreiben ja alles gut alle vollzählig befehl von oben geil wärs wenn der ghost so taker nehmen würde und jetzt ein kieferfest machen würde so wie bei hotshots als kleines easter egg so heb mich ab vom acker oder den taker so weißt du einmal so den kieferfest nageln jetzt verlangst aber ein bisschen viel von den kieferchen hehehehe ja das stimmt wer soll denn das programmieren tatsächlich hatten wir hier recht viel glück ja dann machen wir es nochmal ja keines von denen also wie gesagt ich habe halt dieses reiko nicht mehr weil ich keinen ähm tausch pokémon mehr habe ich muss mal gucken ich will das reiko unbedingt nochmal ertauschen definitiv aber ähm wenn du da was brauchst erstmal für den decks können wir gerne drüber reden oder mobiler shop habe ich warum wer hat denn immer ich gejagt sucht euch doch mal andere hobbys alter ich glaube wissen nicht dadurch dass ich weiß nicht ein kieft dein streamer bonus war zu gut letzte runde ja na klar nur weil ich vier kills hatte easy klar natürlich weil der gefährlichste zwei ja ich war der gefährlichste tiger am stall ich weiß schon mit vier kills bruder ich aus der ganzen runde ja ich hab der schwengel ist gleich um zwei zentimeter gewachsen ich sag's dir was ist tragbar ich würde doch nicht das fahrzeug bringen da oben können ihr seid kaum kohle gott na los gibt mir geld diese tür hier ist auch so sinnvoll hier ist wo hier hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns oh hier oben ich muss 25 sekunden warten bis ich wieder mitspielen da da läuft er hier ist dein feind 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 ja ich hab dir mal ein selfie eingepackt an jo alles gut nimmt erstmal die aimen auf uns hast du den shop eingesammelt ja ja sag mal warum denn hier so frech hä mein gott habt ihr genug platten ja naja einer naja hier ich hab ne muni kiste sonst noch ja ich hab auch ne sniper ich kann zurück snipen oh mein gott nein ich dachte es wär einer von euch er liegt peper hat jetzt meine waffe ich krieg die kriegen sorry wolltest du die wieder haben ja ich wollte die eigentlich gar nicht ablegen aber jetzt darfst du sie behalten achso ok ja weil ich weiß wie scheiße deine waffe war äh ist das ne ist das jetzt unser anderer dude oder ich hab keine ahnung ach das ist deine ok brauchst du noch eine waffe ich kann dir die länder wieder droppen ich kann dir die länder wieder droppen ich kann dir die länder wieder droppen vielleicht ist das irgendwie ein bisschen gelten hinter mir man mich wollte er noch machen was du willst er sagt ich nehme ich mit 18 jetzt einfach mal ich würde mal moneybox raushauen schon gelegt wie viel kann man nur die 12 12 1 halb ich höre hier noch eine kiste hier kommt schon wieder diese kiste da kommt er da rein pass auf wo ist er hin der ist hier in den raum rein ach nee raus der kommt von der seite wahrscheinlich nach oben mal die ganze kann doch nicht sein uns für 200 scheine ob sie wir können oder kaufen und dann nur noch hinkommen hier machen wir das jetzt der geld und hier wer will hier ist noch der mobile shop ich hätte gerne versuchen da braucht man dann vielleicht auch reiches geld oder vielleicht hätten auch eigentlich es wird noch einfach zum shop gehen können können wir auch aber ich gehe zum shop da sind ja zwei vor der luftnah unterstützung markiert der bomben drohne aber er wird nun oder ein gesetzter einer ausrüstungslieferung näher sich ihr seid schon so weit okay ich komme ich ärgere die gerade ein bisschen da war der mark oder was ja aber ich wurde auch beschossen also achtung kann sein dass jetzt gleich die bude eintreten noch an dem punkt sind sie drin oder an tom vorbei da war von einer mauer ist noch einer einer noch oben im turm der hat sich hochgeholt ja den den vor uns hier den habe ich weg den habe ich geholt aber es könnte sein dass er seinen load seinen load wiederholen will warten wir noch einen moment haben wir noch eine money box oder so ne ja ja habe ich muss hier rein legst du die oben oder unten ich würde feuer woche schon mal rüber gehen ja wenn sogar feuer woche gleich drauf bleiben ok feuerbach ist claim obendrauf und unten ist eine streumine drin da sind auch welche unten ja von geradeaus kämpfen uns genau ab kommt noch einer hoch team ausgelöscht mehr filmplatten hat wenn eine platte hier liegen ganz viele platten habe ich schon muss man meinen metaller machen ja keine abschlussserie dabei hätte er mal können können ganz ehrlich hatten wir schon genommen eine waffe nach hinten ja es dupliziert sich glaube ich die ganze zeit ich würde aber trotzdem wollen wir noch da gehen oder haben wollen wir nach oben also hier geht ordentlich ab wenn man nach links rum zirkelen wollen wir nach rechts ich würde nach rechts rum zirkeln oder linkszone oder wollen ja 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 aber da gehen auch einige runter ja direkt durch irgendwo kann er doch erstmal hier rein und meli wir genießen das haus das wird unser tod sein glaube ich bei mir sind wir auf jeden fall noch zu wohnen ich habe noch ein präzis und ich habe präzis ja ich habe gar nichts guck dir auch wissen ja ja nicht dass von hinten noch irgendwelche kommen aber da vorne jetzt unbedingt feuer und pepe wo bist du erst mal hinten ja draußen ist bei mir selbst es hat der muss da in die hütte geht einer rein da ist rausgesprungen unten da ist noch eine unten links kommen auf jeden fall leute ja das hier rechts lang geht doch mir einer noch einer tod bei mir da drüben waren noch selbst es sind nur noch gehinkommen hier raus ich glaube hinter uns nahm ich hatte die zone noch gestorben ich dachte ich dachte hinter dir war noch einer ich bin durch die zone gestorben back to back das ist ein guter punkt aufzuhören eigentlich jetzt läuft es nämlich zu gut weil die nuke gibt es erst in zwei drei tagen also von daher ja das ist wirklich ein guter punkt aber schöne runden trotzdem wir sind bei neun sie hatten wir heute abend insgesamt drei glaube ich dann bin ich jetzt bei 9 scharfschütze aus moskau oder was schon wieder überlebenskanzlei das ist so mein motto glaube ich 19 kids ganz in ordnung hg guck mal jetzt habe ich übel abgekackt ja